Ihr habt mich nach einem Sockenstrickkurs gefragt und ich habe euch einen gemacht. Es hat mir super viel Spaß gemacht, zumal ich jahrelang keine Socken gestrickt habe. Aber angeregt durch eure Fragen habe ich mir einen Schwung Sockenwolle besorgt und mein altes Wissen wieder herausgekramt. Zusätzlich habe ich mich mit Monika besprochen, einer Sockenstrick-Expertin. Und wir haben die einfachsten, die schönsten, die gelingsichersten, die anfängertauglichsten, aber auch die tragbarsten Sockenstrick-Techniken zusammengetragen. Herausgekommen ist ein Sockenstrick-Tutorial-Videokurs in mehreren Teilen. Es ist ein Anfängerkurs, also sehr einfach gehalten, keine Spezialmethoden, sondern Sockenstricken in guter alter Art, ganz klassisch, aber gelingsicher. Das einzig Spezielle sind die Ringel dabei. Das ist eine super geniale Ringel-Technik, bei deren man mit zwei Farben strickt, aber keinerlei Spannfäden oder Fadenansätze hat. Es ist relativ einfach und es sieht von innen genauso sauber aus wie von außen. Und wem selbst das ein bisschen zu viel ist, der kann das zweifarbige weglassen und die Socken einfarbig stricken. Denn der Kurs ist so aufgebaut, dass man die Ringel auch ignorieren kann. Alle relevanten Links zu den Wollen, zu unserem Shop, packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Und in meinen Kursen gilt ja auch immer, wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich antworte sehr gern. Heute geht es also los mit Teil 1. Ein bisschen was Grundsätzliches zum Material und auch zum Sockenstricken, aber kurz gehalten. Und dann starten wir schon direkt mit dem Stricken, und zwar heute mit dem Maschenanschlag und dem Bündchen. Also dieser Teil wird heute gestrickt. Und dann würde ich sagen, los geht's. Grundsätzlich braucht ihr zum Sockenstricken 100 Gramm Sockenwolle und ein Nadelspiel, bestehend aus 5 Nadeln. 15 Zentimeter Länge reicht aber dabei und 100 Gramm Sockenwolle in 4 Fädig reicht bis zu einer Schuhgröße 44 und 4 Fädig bedeutet, dass in dem Faden 4 Einzelfäden enthalten sind. Wenn man ihn ein bisschen aufdröselt, seht ihr also eine 3-fädige Sockenwolle, 3- oder 4-fädig, das sind die dünnsten, 6-fädig, ist dann halt ein bisschen dicker, weil aus 6 Fäden bestehend. In diesem Sockenkurs geht es um das Stricken von Ringelsocken. Hier habe ich Orange und Blau benutzt, Pink und Grün sieht aber auch nett aus. Und natürlich reicht ihr da dann etwas weiter, denn ihr habt ja insgesamt 200 Gramm. Und das sollte mindestens bis zu einer Größe 48 ausreichen. Wenn ich von Grundfarbe spreche, meine ich damit immer die Farbe der beiden, in der die Spitze, die Ferse und das Bündchen gestrickt wird. Die Maschenzahlen, die ich euch gebe, sind für eine 4-fädige oder 3-fädige Sockenwolle, gestrickt mit einem Nadelspiel 2,5, für eine Maschenprobe von 30 Maschen. Ich erkläre das Sockenstricken in 6 Schritten. Vom Maschenanschlag über Bündchen, über den Schaft die Ferse in 3 Einzelteilen, dann der Fuß, dann die Spitze. Und hier seht ihr, an welchen Stellen im Socken sich diese Teile befinden. Die Ferse in 3 Teilen gestrickt mit dem oberen Teil ist eine sogenannte Herzchenferse. Die finde ich persönlich am allerschönsten und am einfachsten auch. Sie drückt nicht unter der Ferse, wenn man es trägt und sie ist leicht zu stricken. Sie bildet keine Löcher, sondern die schönen, glatten, sauberen Kanten, weshalb es meine Lieblingsferse ist. Ihr könnt den Socken auch komplett in Üni stricken und die Ringel dann einfach weglassen. Oder natürlich auch in einem Farbverlaufsockengarn. Da gibt es auch echt wunderschöne, wo man sich fast nicht entscheiden kann. Und wenn ihr euch für ein Üni oder ein Farbverlaufsgarn entscheidet und nicht mit zwei Farben in Ringeln stricken möchtet, dann ignoriert im Folgenden einfach alles, was ich zu den Ringeln erkläre und strickt das Ganze einfach in einfarbig. So, los geht's also. Im ersten Schritt müssen die Maschen angeschlagen werden. Und ihr schaut hier links in diese Tabelle und sucht eure Schuhgröße heraus. Und schlagt dann die entsprechende Maschenanzahl an. Diese Zahlen gelten für drei- oder vierfädige Sockenwolle, gestrickt mit Nadel 2,5 und einer Maschenprobe von 30 Maschen auf 10 cm. Wundert euch nicht, dass ich zum Vorstricken ein dickeres Garn nehme. Das könnt ihr dann sehr viel besser sehen, vor allen Dingen bei den Details, als wenn ich in dünnem Originalsockengarn stricke. Ich nehme also eine Nadel von meinem Nadelspiel, mache mir eine Anfangsschlinge und nehme die benötigte Maschenanzahl im Kreuzanschlag auf. Und bei dem dicken Garn passen mir nicht alle Maschen auf eine Nadel, deshalb nehme ich eine zweite Nadel zur Hand. Wenn ihr aber mit der Sockenwolle strickt, ist das bei euch etwas anders. Das hier sind zum Beispiel 60 Maschen und die passen locker auf eine Nadel. Da hat man vorne und hinten sogar noch richtig Platz. Ich muss aber eine zweite zur Hand nehmen und mache trotzdem genauso weiter mit Kreuzanschlag und nehme die restlichen Maschen auf die zweite Nadel. Wenn alle Maschen angeschlagen sind, wendet ihr und strickt eine Reihe mit rechten Maschen zurück. Dabei teilt ihr eure Maschenzahl durch 4 und auf jede der 4 Nadeln kommt das Ergebnis. Also kommt ein Viertel der Maschen. In den Anleitungen steht dann immer, die Maschen gleichmäßig auf 4 Nadeln verteilen. Ein Beispiel wäre, ihr habt 60 Maschen angeschlagen, teilt das durch 4, das sind 15, dann strickt ihr 15 Maschen auf jede der 4 Nadeln, denn es gibt ja insgesamt 5 Nadeln im Nadelspiel und die Maschen befinden sich auf 4 Nadeln, mit der 5. Nadel wird abgestrickt. Dann legt ihr euch das schön glatt hin, sodass der Maschenanschlag auch nicht verdreht ist und schließt zur Runde. Das bedeutet, ihr legt das Ende der Reihe an den Anfang der Reihe und strickt in der Runde weiter. Also so zur Runde legen und ab jetzt in Runden weiter stricken. Und weil ja ein Bündchen dran soll, strickt ihr ab jetzt 2 Maschen rechts, 2 Maschen links abwechselnd, also 2 rechts, 2 links, 2 rechts, 2 links und je nach eurer Maschenzahl hört das natürlich nicht immer so symmetrisch auf. Ihr bleibt aber ganz unabhängig davon bei dem Rhythmus, 2 rechts, 2 links und das Ganze strickt ihr über die gesamte Länge des Bündchens. In meinem Fall sind das 4 Zentimeter. Wenn ihr mit der ersten Runde fertig seid und an den Übergang kommt, also an den Runden anfangen, stört euch nicht dran, wenn das noch so ein bisschen auseinander geht. Das wird von Runde zu Runde besser. Und ganz am Schluss kann man das mit dem Anfangsfaden wunderbar zusammenziehen. Das ist also kein Ding. Versucht ein bisschen stramm anzuziehen, aber macht euch nicht verrückt. So stricke ich also in diesem Rippenmuster, bis das Bündchen 4 Zentimeter lang ist, höre am Ende einer Runde auf und wo genau das ist, erkennt ihr an dem Faden, der da hängt. Der Faden kennzeichnet immer das runden Ende bzw. den runden Anfang, weil das ist die erste Masche. So, das war der erste Teil mit Maschenanschlag und Bündchen und im zweiten Teil geht es dann weiter mit dem Schaft und den Ringeln. Ihr findet alle Videoteile in der Playlist und die wiederum findet ihr auf dem Endscreen oder unten in der Videobeschreibung. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis dahin, ich freue mich auf euch im zweiten Teil.